Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic 4 und 5. Wir sind noch in Castleview und wollen hier noch ein bisschen weiter rumgucken, würde ich sagen. Mal gucken, wo wir noch nicht waren. Äh, was war hier? Ja, das war er. Ach Gott, mit euch musste ich auch noch irgendwas machen. Du wüsste was. Was war das da? Mhm, hier ist auch noch so ein Zelt. Äh, Moment. Swimming? Es ist schon weichen her, dass ich das letzte Mal geschwitter habe, deswegen muss ich mich kurz mal schwimmen können, weil er nicht. Also bis auf Nummer 3. Nummer 3, ja. Okay, müssen wir also alle lernen, gut. 1 2 4 5 6 Okay. Okay. Das ist gut. Jetzt können wir schwimmen. Da waren wir schon drin. Bin ich an diesem Ding echt vorbeigelaufen? Hier waren wir doch schon. Naja. Oder war. Ähm. Hm. So. Wo waren wir noch nicht? Da waren wir schon. Da waren wir schon überall. Das kann doch nicht sein. Aha. Okay. Hm. Ihr habt irgendwas mit Worten. Muss das zu tun haben. Oder es ist gar kein Rätsel. Hm. Kann dir auch sein. Mal gucken. Also wenn wir das... Okay. Das hier ist Bob. Hm. Auf der Seite ist Tidit. Okay. Machen wir das mal. Vielleicht hat das irgendeine Bedeutung, wie die angeordnet sind. Ach. Ich kann das so bedenken. Okay. Äh. Wo sind die Nächsten? Also hier sind wir schon am Ende. Okay. Die waren weiter im Süden. Ja. Okay. Hier ist Otto. Ist unter Bob. Äh. Äh. Geografisch gesehen. Ja. Ja. Blabla. Und hier ist ähm... Pip. Waren da nur vier, ne? Seht ihr das richtig? Jo. Okay. Hm. Hm. Also machen wir das mal. Hupf. Hm. 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 Ich meine, gut, ihr sprecht in, äh, Palindromen, aber, hm, hm, daraus kann ich jetzt irgendwie auch nichts ableiten. Äh, was weiß ich, hm, ihr habt es irgendwie mit Worten. Na gut, Herrgott, dann sprechen wir euch einfach mal in der Reihenfolge eurer Namen in aufsteigender Reihenfolge an. So, also erst mal Bob. Guten Tag. Ähm. Äh. Äh. Okay. Da kommt jetzt Otto. Otto war unter Bob. Äh. Hier war Otto. Guten Tag, Otto. Sagst du irgendwas anderes? Ne, du sagst mir aber, dass ich euch... Hm. Obwohl, jetzt müsste ich das nochmal ausprobieren. Die Reihenfolge, die die mir geben. Ähm, die ich benutzen soll. Äh, Pip. Äh, bla, bla. Und jetzt Tinit. Tin, 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 tinnif. Tinit. Toll, das war... Also war es jetzt tatsächlich in... In der Reihenfolge ihrer, ihrer Namen, oder was? Ja, super. Toll. Congratulations, I dub thee a member of the... Äh, backwards. Ja, äh, Drog... Drognap. Drogcap. Und was bringt uns das jetzt außer Experience? Mhm. Ja, wir sind jetzt member of the Brotherhood. Mhm. Okay. Das war also das Rätsel's Lösung. Man nimmt nicht die Reihenfolge, die die Brother einem sagen, sondern macht es in der Reihenfolge ihren Namen. Na, super. Okay, toll. Rätsel gelöst. Haha. Ähm. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier auf der linken Seite fehlt mir noch eine ganze Menge. Und wir müssen auch noch... Warte mal, hier müssen wir noch irgendwie diesen komischen Typen umbringen. Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Das ist die Bank. Bin blöd. Hier und... Hier waren wir noch nicht. Ach, guck an. Da ist Betrieb. Äh, machen wir die Tür auf. So. Stirb. Nee. So. Stirb. Stirb. Autsch. Party needs rest. Ne, das ist ja ganz hervorragend. Hm. Na ja, Gott, dann rasten wir. Haben wir noch was zu essen? Vier Tage, ja gut. Das muss reichen. So. Uiuiui. Eine ganze Menge Gremlins. Mhm. Hallo? Nothing here. Nothing here. Das ist ein schöner... Da ist irgendwas. Und... Da schießen wir mal lieber drauf. Okay, es ist weg. Ist da noch was? Ne. Ah, Gottes Willen. Doch, da ist noch was. Mhm. Geil. Okay. Ist nirgendwo was? Ne, in dem Bäumen scheint einfach nichts zu sein. Irgendwie ist das Gefühl, da ist was Wichtiges drin. So, deswegen... Speichern wir mal feige. Und gucken rein. Oh. Dich soll mal umbringen, oder? Gettlewath, the Gremlin King. I am Gettlewath, Imperator, Primus of the Gremlins. Give me one good reason, why I should not command my mighty army to cut your grotesque human heads from your shoulders and hang your eviscerated corpses above my throne, for the entertainment of our subjects. Ehm... Oh! Ehm... Das war nicht... Das war keine rhetorische Frage, du willst es tatsächlich wissen. Okay. Okay. We come in peace, Almighty Gettlewath. Please allow us to live. We are a delegation from the mayor of Castleview. The mayor respectfully asked that she cease sabotaging this city. I am not interested in hearing from the butts of your jokes. Our jokes... I am not interested in hearing from the butts of our jokes. Begone! Okay. If you have nothing interesting to say, I shall have to execute you all. Um... Um... The mayor is perfectly honest against that you curb the vandalism. The answer is no. The answer is no. You will now suffer the consequences of your obesity. Gods! Ach du lieber Gott. Oh, Gottes Seen. Um... Nee, du schlägst mal zu. Du zauberst mal. Was haben wir hier? Irgendwas, was auf... ...alle geht? Das weiß ich nicht. Insects und Energy Blast klingt ganz... ...gut. So richtig? Sparks? Dann zauberst du mal bitte... Ja, zauberst du auch mal Sparks. Ach, das geht nur auf die, okay. So, dann zauberst du... Nee, du jetzt mal... ...Cure Wounds. Was Besseres haben wir nicht? Nicht gut. Das war ja klar. So. Kriegen wir euch von Hand kaputt? Nee, nicht zaubern, zuschlagen. So, du zauberst jetzt mal. Energy Blast. Geht nur auf einen. Cure Wounds. Das ist schmerzhaft, was er da macht. Nur werd mal wach. So, gut. Noch mehr? Oder was das jetzt? Ich weiß irgendwie nicht, ob das gut war. Ähm... Nö, mal safe ass. Sind wir mal ganz feige. Noch ein neues safe. Okay. Oh, um, perhaps I can do something about those naughty, naughty pranksters. We can still talk about this like rational beings, can't we? Hm? Jetzt müsste... Verstehe. You will refer to me as Sir from now on, Worm. Order your subjects to fix the sewer now. Yes, Sir. I will do as you ask without delay. Here is the gift of three energy disks to assure you of my benevolent nature. Was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, war das jetzt? Also, wir müssen mal gucken, ob das... Ähm, so. Oh, ganz langsam. Ähm, Inventory. Ähm... Quest? Sind Quest-Items. Mhm. Three energy disks, ne? Yeah. Toll. Jetzt habe ich drei... Energie-Disketten. Also, ähm, Quatsch. Energie-Scheiben. Ähm. Super. Ähm. Gott, von wie scheiße. Von wem haben wir denn den Auftrag gekriegt? Ähm. 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 Äh. Äh. Ich glaube, das war der... 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 Mäher. Der war ganz hier am Anfang, oder? Ja. Was du das? Ja. Ihr selbt Castle View von The Wicked Gremlins. Oh, Fremdus. Äh. Hier ist your Gold. Super. Jo, das war... Dankeschön. Ähm. Dann würde ich sagen... War das richtig, was wir gemacht haben? Das war nicht, was ich mit diesen Energy Dists machen soll. Also, jetzt gucken wir nochmal. Der war... Waren wir jetzt überall? Ich glaube, jetzt waren wir überall. Dann müssen wir jetzt mal in die... In den Tower oder in die Sewers. Äh. Erstmal gucken, ob wir noch aufsteigen können. Das können wir ja auch hier gucken. Ah, verschwindet wieder die Maus. Wie praktisch, Spiel. Äh. Kannst nicht aufsteigen. Na gut. Aber wir können mal in die Gilde. Gott, wo war die nochmal? Haha. Ich weiß es nicht mehr. Wo war die Gilde? War die hier? Äh. Hier? Hier? Ja. So. Falls das Spiel wieder rumzickt. You have to be member. Ja, wir sind member. Wir wollen kaufen. Hm. Also. Grundsätzlich könnte für dich erstmal, denke ich... Supposed Disease... Haben wir Cure Disease? Cure... Ne, wir haben nur Power Cure. Hm. Ich hätte ganz gern Cure Disease, Cure Poison und Power Cure. Aber offensichtlich will das Spiel das nicht. Kaufen wir also erstmal nur Power Cure. Okay. Ja. Ne, Cure... Äh. Brauchen wir nicht. So. Was kannst du kaufen? Ja, du kaufst... Du kaufst alles. Ja. 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 Jo, 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 jo. Lloyd's Beacon. Sehr gut. Sehr gut. Fireball. Äh. Was ist Clair-Vor-Avoyance-Gedöns? Spiel? Achso, so. Ähm. Cast the two Gargoyle-Heads on the screen to animate and give advice for certain yes-no-dis... What? Two Gargoyle-Heads? Das ist neu. Aha. Oh, das klingt ja gar nicht schlecht. Die beiden hier, oder was? Aha. Okay. Gut. Ja. Naja, wir kaufen eh alles. Jo, 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 jo. Warum kaufen wir dir noch irgendwas? Turn undead? Wissen, was uns da in den Sears erwartet. Ja, kaufen, oh. Für einen undead kann vielleicht nicht schaden, weil wir gehen ja danach in diesen komischen Tower und, äh... Wenn das ein Magier ist, so wie das klingt, war das ja ein... Dieser Ellinger, irgendwie eine Art von Magier, da laufen da bestimmt undead rum, ne? Ich meine... Jeder Magier, der was auf sich hält, hält sich undead, oder? Okay, kaufen wir es. Ja... Können... Ne, ne, so... Aber dann gucke ich nochmal nach, was Beastmaster macht. Das weiß ich auch nicht. Hypnotizes a group of monsters into stillness until they overcome the spell. Hm, das ist nicht schlecht. Heißt das jetzt, dass das nur für Animals gilt? Wegen Beastmaster? Oder ist das jetzt einfach nur zu viel A, die und die wissen, was ich hier gerade einfließen lasse? Ne, Beast... Nee, Beast... Beasts sind auch Monster. Ja, okay. Nö, dann kaufen wir den nochmal. Ähm... Seid... Okay. Okay. Dann haben wir erstmal genug ausgegeben. Würde ich sagen. Und... Speichern... Speichern... So... Hm... Freunde des gepflegten Kurzpass-Spiels... Jetzt müssen wir irgendwie... ...in die... ...Dings kommen. Aber das Spiel will nicht. Ähm... Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Ähm... Ähm... Kennt das Problem. Ähm... Wir... Speichern also in Zukunft einfach regelmäßig ab. Ich meine, das mache ich sowieso und... Ähm... Naja, das Dumme ist... Ähm... Das Problem sind für die... Also ich bin mir... Ich denke, dass es mit... Also ich kann mir gut vorstellen, dass es mit Soundblaster... Ähm... Ähm... Lärm... Ähm... Nicht so oft abstürzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mit Roland zu tun hat. Ähm... Andererseits... Ähm... Diese Soundeffekte sind so schlimm. Dieses... Beim Gehen. Dieses... Wiek, wiek. Das... Oh, das tut so weh. Und ganz ausschalten will ich es ja auch nicht. Zumal wir dann auch alles ausschalten. Man kann ja nicht Soundeffekte und Musik... Ähm... ...separat irgendwie einstellen. Und, ähm... Ich hatte eigentlich gehofft, dass es durch die... Durch das Ausschalten der Sprachausgabe besser wird. Weil der Witz ist, ähm... Irgendwie, wenn ich nicht aufnehme, stürze es nicht ab. Vielleicht liegt es auch einfach an... An meinem Aufnahmeprogramm. Obwohl das eigentlich nur, ähm... Das ist eigentlich relativ wenig invasiv. Das... Das Capture hat eigentlich nur den Bildschirm. Aber... Äh... Gut. Wir wissen es nicht. Müssen wir erstmal mitleben. So, wo ist denn jetzt die verdammte... Hier war das da irgendwo. Also ich denke mal, ich werde damit so lange leben, bis es zu einer Situation kommt, wo ich mich richtig drüber aufrege. Und ich könnte mir vorstellen, dann werde ich was... Dann werde ich zur Not schwimmen, weil ohne Musik... Äh... Ja, wollen wir... Okay, wir sehen nichts. Das ist super. Äh... Machen wir einer Licht hier. Äh... Ähm... New... Next time cast... Oh, ich bin sehr süß. Oh, ich bin sehr süß. Oh, gucke mal. Oh, hier bist du tot. Ne, bist du nicht tot. Suerslug. Guten Tag. Ja. Süß und tot. Was ist das? Suerjain. Äh... Wollen wir da... Ähm... Wollen wir da suchen? Mach, 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 mach. Nothing here. Okay, gut. Hm, richtig animierter Boden. Mensch, bin ja begeistert. Was ist das denn? Das ist eine Ratte, wie es aussieht. Und du machst... Machst lustige Krimassen, wenn man dich trifft. Okay, hier wohnt jemand. Das ist... Beunruhigend. Ähm... Okay. Hallo? Valio the Simple. Ja, das glaube ich. Hi, ich wohne hier. Es sind sicher viele Rats. Es sind zu viele, um mich zu töten. Vielleicht könntest du sie für mich töten. Oder zumindest eine Queen Ratte. Ich gebe dir etwas, wenn du es machst. Okay. Du hörst Valio, der Pesant, die in der Bett schlägt? Hey, das ist mein Kast. Lass ihn allein. Äh... Nö, erst mal noch nicht. Hier, erst mal... Vielleicht machen wir erst mal deinen Auftrag. Danach können wir dich dann übervorteilen und dich sauer werden lassen. So, jetzt schießen wir mal hier auf die... Bäng, 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 bäng auf die Ratten. Wie kommt ihr durch das Loch? Ah, ihr kommt durch, ich verstehe. So. Was ist das hier? Ähm... Das sind kleine Ratten. Süß, 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 süß. So. Nothing hier. Toll. Hallo? Es sieht mir alles sehr linear aus hier. Ach, du, du. Kleine blaue... Äh... Schnecke. Äh... Ah, da... Hier geht's... Hier geht's weiter. Na, dann gucken wir mal. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Oh. Ach, da wolltet ihr mich küssen? Oh, ist das süß. Oh, das ist das. A terrible. Okay. Schlagen wir euch trotzdem tot. Ja, ich glaub, die wollen uns stressen, nicht küssen. Aber... Gott. Ähm... Ja. Nothing here. Okay. Hier geht's... Hier geht's wieder raus. Okay. Wo sind wir denn hier? Ach, guck an, ein Geheimat... Aha. Geheimat treasure room. Sehr schön. Yo. Sehr gut. Nur das war ja... Das war ja ein netter Abstecher. Hier war nix. So, dann... Gucken wir mal hier weiter. Hallo? Hallo? Okay, das sieht irgendwie unsympathisch aus. Na gut, hilft ja nix. Nothing here. Nothing here. Wupp. Hier ist was. Okay. Wäre ja schön, dass sich die Ratten davon überhaupt nicht beeindrucken müssen. Ah! Gott, der hat mich gerade erschrocken. Wo kommt ihr denn her? Und da sind wir gekommen. Seid ihr hier rein teleportiert, oder was? Das ist ja... Die erscheinen hier einfach, offensichtlich. Na gut, dann machen wir die Dinge halt immer wieder zu. Quatsch. Ist ja kein Ding. Da unten? Ja. Arsch! Ja. Die erscheinen hier einfach. Gut, damit können wir, denke ich, leben. Die sind so schwer offensichtlich nicht. Moment mal. Ne, das war anders. Ich wollte gerade sagen, dass... Ah, ja, stimmt. Er erscheint hier. Ja, hatte ich vergessen. Ähm. Dachte schon, das wäre so eine Art Sinister Street hier, aber... Hier ist nix. Hier ist was. Hier ist nix. Hier ist nix. Okay, dann erst mal wieder nach hier. So, gleich kommen wieder... Ja! Boing! Okay, dann können wir jetzt ja mal unseren Mighty Power Cure ausprobieren. Mh. Den wir nicht allzu oft benutzen können. Ne, dann nehmen wir erst mal Nature's Cure. Aha. Guten Tag. Das Ding hier. Jo. Ja, ihr seid wahrscheinlich irgendwo hier in... In der Drecksbrühe. Und taucht dann einfach auf. Das ist... Soweit nicht unlogisch. Ähm. So, sehen wir was? Da ist einfach nie was drin, Perks. Und hier sind jetzt auf... Ist auf jedem Schritt ein... So ein Vieh... So ein Dreierpack. So, heilen wir uns mal wieder. Ne, da ist doch manchmal was drin. Okay, gut. So, ja... Weiter nach unten, würde ich sagen. Aha, da geht's raus. Das ist... Guten Tag, Herr Ratte. Bitte... Entleiben. Ja, sehr gut. Ähm. Hm. Ja, speichern wir. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. What the fuck? Oh, jetzt sind wir ganz draußen. Das ist ja auch fantastisch. Was seid ihr denn? Ach, du lieber Gott. Ihr seid vor allem ziemlich... Heftig. Ja, also ich glaube, hier gehen wir mal besser... Ähm... Weg. So, dann rasten wir mal... To den... Danke, Spiel. So, wir sehen dann... Hitman's 49. Okay. Hm. Na gut, dann schauen wir mal. Hallo? Hallo? Oh, Gottes Willen. Oh ho, 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 ho. Okay. Äh, alle mal zurück. Ich meine, es hat keinen taktischen Vorteil, dass wir hier hinter diesem Engpass warten, aber ich kann mir einreden, dass es doch einen hätte. So, jetzt zurück und... Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Noch mehr? Ja, noch mehr. Ne, so. Oh Gott, das sind noch mehr. Das ist ja Irrsinn hier. Das ist ja ein Rattenmassaker. Ja. Kill them. Zum Glück haben wir, äh, unendlich Pfeile. Das, äh, ist ja das Schöne an dem Spiel. Respawnt ihr hier irgendwie, oder was? Ne, ihr seid einfach nur so viele. Okay. Das lief doch gut. Was zur Hölle ist das? Ähm. Oh. Schön. Danke. Ähm. Warum sind die lila? Ne, das werde ich gar nicht essen. Okay. Hier ist aber auch sonst nix. Okay. Ist hier was? Also Ringe, da kann man langsam im Laden aufmachen, würde ich sagen. Okay. Ja, da würde ich sagen, ähm, werde ich hier das Video erstmal beenden. Dann, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal an gleicher Stelle wieder. Mit, äh, ja, na gut, theoretisch kann das noch ziemlich viel sein. Also auf jeden Fall mit mehr Castle View Sewers, würde ich sagen. Okay. Also, bis dahin. Tschüss. Schör. Tschüss.